Ich bin Rechtsanwalt, auch Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik hier in Berlin. Ich bleibe stehen, ich habe auch keine Präsentation, ich werde es relativ kurz halten. Gemeinsam mit Jan Fährmann werden wir versuchen, einen kurzen juristischen Abriss über die Situation der Legal Highs zu geben. Wir haben ja vor der Pause uns ausgetauscht, was Legal Highs sind, welche Wirkungen, welche Risiken sich ergeben. Wir haben gesehen und gehört, wie groß die Vielfalt der Substanzen ist und hatten jetzt einen ersten Einstieg in eine wissenschaftliche Herangehensweise, auch zur Bewertung von Risiken und so ein erster Ansatz in Richtung regulatorischen Wegfahrt. Ich werde zunächst etwas dazu sagen, wie wir bisher von juristischer Seite, also im Wesentlichen die Gerichte, uns der Thematik genährt haben und im Anschluss wird Jan etwas dazu sagen, wie die aktuelle Diskussion in dem Bereich aussieht, denn man ist da so ein bisschen verfahren. Klar ist, und das wissen ja alle, dass es gesetzliche Regelungen gibt, die dienen im Allgemeinen dem Schutz von Rechtsgütern vor Gefahren und das will man erreichen, indem man Sanktionen ausspricht. Das ist dann ganz klassisch im Allgemeinen Strafrecht geregelt. Da waren heute auch ein paar Normen, die hier erwähnt wurden. Man kann ja auch über Körperverletzungen, fahrlässige Körperverletzungen oder Ähnliches nachdenken oder eben auch die Normen, die mit dem Straßenverkehr zu tun haben, die hier genannt wurden, § 316, § 315c Strafgesetzbuch. Das sind ganz klassische Regeln, die immer wieder Anwendung finden. Daneben gibt es, neben dem Allgemeinen Strafrecht, aber das besondere Strafrecht, ganz klassisch natürlich das Betäubungsmittelgesetz. Wir bewegen uns ja hier nur aber gerade außerhalb des Betäubungsmittelgesetzes. Mit Substanzen, die eben nicht in den Anlagen enthalten sind. Ganz viele von denen kommen dann aber nach und nach in die Anhänge über das Verfahren, wo heute schon einiges berichtet. Die Rechtsverordnung der Bundesregierung und des Bundesrates, der dann zustimmen muss, hinken hinterher. Herr Professor Auwerter hatte das vorhin ausgeführt. Ein Jahr Verzögerung ist da der Normalfall. Bis erkannte, als so gefährlich erkannte Substanzen, dass man sie verbieten will, in die Anlageneingang finden. Neben diesem fast immer noch klassischen Strafrecht gibt es Nebenstrafrecht. Und da gibt es verschiedene Gesetze, die man gerne mal hervorzaubert, wenn man keine weitere Lösung findet. In einer solchen Situation befinden wir uns im Moment sogar. Da werde ich noch weiter darauf eingehen. Neben Strafrecht kann zum Beispiel eine Regelung im Arzneimittelgesetz sein, wo bestimmte Umgangsformen mit Arzneimitteln eben unter Strafe gestellt werden. Neben Strafrecht kann auch das sogenannte vorläufige Tabakgesetz sein, wo sich ebenfalls strafrechtliche Regelungen finden, wo Normalbürger natürlich nie auf die Idee kommen würde, dass es so eine Regel überhaupt gibt. Wie hat man versucht, bisher mit Legal Highs umzugehen? Wie gesagt, die klassische Situation ist, da ist ein Staatsanwalt, der erlangt Kenntnis über Substanzen, die irgendwo vertrieben werden, mit denen Handel getrieben wird, und meint, ein Rechtsgut ist in der Art und Weise gefährdet, dass er handeln muss. Der Staat muss die Gesundheit der Bürger schützen und guckt, ist das eine verbotene Substanz nach dem Betäubungsmittelgesetz? Ups, leider nicht drin in den Anhängen. Was machen wir denn nun? Ganz klassisch, erster Blick ins weitere, Strafrecht in die Nebengesetze. Das ist ja alles so ähnlich wie Arzneimittel, so komische Namen und Formeln. Da ist man also relativ früh auf die Idee gekommen, das Arzneimittelgesetz anzuwenden. Und da ist ganz klar geregelt, dass unerlaubt in Verkehr bringen von Arzneimitteln ist verboten. Es gab bis 2009 das, ich nenne es mal alte Arzneimittelgesetz, da war klar, was Arzneimittel ist, nämlich das, was der Hersteller als Arzneimittel auf den Markt gebracht hat. 2009 hat man diesen Begriff dann geändert in Umsetzung europäischer Richtlinien und hat einen sogenannten objektiven Arzneimittelbegriff eingeführt, nämlich das, was geeignet ist, als Arzneimittel zu wirken. Nach der objektiven Eignung sollte also die Abgrenzung erfolgen. Und das stellt einen dann so ein bisschen vor Probleme. Die Staatsanwaltschaften haben das nicht vor Probleme gestellt. Die haben gesagt, die meisten dieser Substanzen, die sind geeignet, weil Arzneimittelwirkung ist eine physiologische Beeinflussung. Und an dieser Begrifflichkeit hat sich dann der juristische Streit festgemacht. Man hat dann über dieses Thema auch schon 2011 etwa bei der Bundesdrogenbeauftragten diskutiert und sich dazu Gedanken gemacht. Man war sich da schon bewusst, dass dieser Arzneimittelbegriff allein nach der objektiven Eignung wohl doch etwas schwierig ist, ob es wirklich nur die tatsächliche Eignung ist oder ob es doch auf die medizinische Zielsetzung der Verwendung ankommen soll. Das wurde jetzt drei, vier Jahre diskutiert. In der Rechtsprechung kam es dann dazu, dass diese Diskussion auch beim Bundesgerichtshof angekommen ist und der hat dann in einem Fall gesagt, das wollen wir doch mal gern den EUGH, also den Europäischen Gerichtshof, fragen. Denn das Arzneimittelgesetz ist ja die Umsetzung einer europäischen Richtlinie, die diese Begrifflichkeit vorgibt. Und der Europäische Gerichtshof hat sich dazu geäußert in diesem Jahr. Das wurde vorhin auch schon angesprochen. Jetzt muss ich mir mal ein zweites Blatt suchen. Liegt da noch ein Blatt mit einem großen B drauf? Da kommt das zweite Blatt. Ich mache mal so lange so weiter. In einer Entscheidung vom 10. Juli diesen Jahres, also ziemlich frisch, ging es genau um diesen Begriff, eben aufgrund eines sogenannten Vorlagebeschlusses des Bundesgerichtshofs, der den Europäischen Gerichtshof gefragt hat, was ist denn jetzt ein Arzneimittel nach dem Arzneimittelgesetz? Und ganz klar war die Antwort, in diesen Fällen ging es eben um den Vertrieb von Legal Highs, Räuchermischung mit, in dem Fall, synthetischen Cannabinoiden. Der EuGH sagt, es kommt auf die Eignung zur Beeinflussung physiologischer Funktionen an. Und zwar muss eine therapeutische oder prophylaktische Wirkung mittelbar oder unmittelbar erfolgen. Und zwar muss das der Gesundheit zuträglich sein. Zuträglich im Sinne von förderlich. Und daran hat der EuGH dann unter Hinweis auf die Motive für die europäische Gesetzgebung entschieden, dass Legal Highs in der konkreten Verwendung als Legal High eben der Gesundheit nicht zuträglich sind. Darüber kann man sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle diskutieren. Aber in der Regel wird das wohl auch so sein. Und wenn das dann so ist, dass sie nicht der Gesundheit zuträglich sind, in diesem Sinne, dann sind sie eben kein Arzneimittel. Das hat dann dazu geführt, dass ganz konsequent der Bundesgerichtshof, der diese Entscheidung angefragt hat beim Europäischen Gerichtshof in dem konkreten Fall weitestgehend einen Freispruch ausgesprochen hat. Da blieben dann von 47 angeklagten Fällen, das sind ja immer Händler, die eine Vielzahl von Verkäufen tätigen, ganze zwei übrig und die auch nur fahrlässig, weil in diesen Mischungen tatsächlich in zwei Fällen auch tatsächlich Echtstoff sozusagen nachgewiesen wurde und kein Legal High. Dabei ist es aber nicht geblieben. Es gab zwar in der Zwischenzeit auch eine weitere Entscheidung des Bundesgerichtshofs in die gleiche Richtung, aber zuletzt hat der Bundesgerichtshof intern so einen kleinen Hauskrieg veranstaltet, sage ich mal. Es gibt verschiedene Senate und einer dieser Senate, der Fünfte, hat jetzt überlegt, sicherlich auch aufgrund von Anregungen außerhalb, dass ja doch eine andere Strafmöglichkeit bestünde und sieht sich damit aber im Konflikt mit der Rechtsprechung des Zweiten und des Dritten Senats und hat deshalb jetzt einen Vorlagebeschluss gemacht, einen sogenannten Anfragebeschluss an den Zweiten und Dritten Senat, ob denn möglicherweise das vorläufige Tabakgesetz als strafrechtliche Regelung hier Anwendung finden kann. Und dieser Verstoß eben die Möglichkeit birgt zumindest diejenigen, die die Substanzen in Verkehr bringen, strafrechtlich zu sanktionieren. Wir hatten vorhin kurz auch das Thema schon angerissen. Ganz klar ist, Betäubungsmittel sind keine Tabakerzeugnisse, so ist jedenfalls die ganz herrschende Meinung. Jetzt sind wir in dem Bereich der Legal Highs, die sind ja noch nicht als Betäubungsmittel in den Anhängen enthalten. Also könnten sie erstmal vielleicht Tabakerzeugnis sein. Sie hatten vorhin davon gesprochen, dass ja aber wenigstens Nikotin enthalten sein müsse. Das sieht dieser Dritte Senat erstmal nicht so. Ja, nicht der Dritte, der Fünfte, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Man geht einfach nur von der Zweckbestimmung des Rauchens aus. Also rauchen kann ich auch Birkenblätter oder andere Dinge möglicherweise, die gänzlich frei von Tabak, jedenfalls auch frei von Nikotin sind. Darauf soll es nach dieser rechtlichen Auffassung nicht ankommen. Es gibt zu diesem Vorlagebeschluss bis jetzt noch keine Entscheidung. Da gibt es dann sozusagen ein Obergremium beim Bundesgerichtshof, das diese widerstreitende Rechtsprechung zu klären hat. Und wir werden mal sehen, wie das ausgeht. Die Regelung im Tabakgesetz lässt das zumindest in der juristischen Argumentation zu. Es wird nämlich da in dem Paragraphen 3 nur gesprochen von ganz klassisch Tabak und Ähnlichem, aber eben auch Tabakerzeugnis ähnlichen Waren. Und abgestellt wird dann in den Kommentierungen eben auf die Zweckbestimmung, zum Beispiel Rauchen oder Kauen oder Oralen oder Nasalen Gebrauch. Da wird es natürlich spannend bei den Substanzen, die nicht als Räuchermischung vertrieben werden, sondern irgendwie zum Auftröpfeln auf Papier oder Ähnliches, soll es ja auch geben. Das ist sozusagen der aktuelle Stand. Einen Ausblick wird es jetzt geben dazu, wie man dem versucht zu begegnen. Auch dazu ist 2011 bei der Bundesdrogenbeauftragten schon diskutiert worden, ob man im Betäubungsmittelgesetz neue Regelungen aufnimmt, eine sogenannte Anlage 4, mit bestimmten Strafnormen, die dann Stoffgruppen erfassen soll. Und da gebe ich ab an Jan. Ja, hallo, ich bin Jan Fehrmann. Ich bin auch Jurist, allerdings noch kein Fertiger. Ich schreibe gerade meine juristisch-kriminologische Doktorarbeit. Hat allerdings auch einen verfassungsrechtlichen Schwerpunkt, weswegen ich zu solchen Fragen auch doch in der Lage bin, etwas zu sagen. Also ich möchte jetzt einmal, ja hoffentlich in der Kürze der Zeit, da wir ja schon so was von drüber sind, dass für die Diskussion gleich nicht mehr so viel Zeit bleibt, versuche ich es tatsächlich einmal kurz zu machen. Ich möchte den einzigen wirklich politisch diskutierten Ansatz, also jedenfalls wurde er vor kurzem auf der Konferenz der Landesjustizminister diskutiert, wie man mit dem Problem, der die gleich umgeht, das sogenannte Stoffgruppenverbot einmal vorstellen und auch darauf eingehen, ob das juristisch machbar ist. Dazu gibt es schon ein Gutachten von den Professoren Rössner und Voigt, die zu dem Ergebnis kommen, ja, grundsätzlich ist das möglich mit dem Stoffgruppenverbot. Ich habe mir das Gutachten jetzt mal durchgearbeitet und sehe da noch einige Probleme, die die beiden Herren noch nicht bedacht haben. Ich möchte jetzt erstmal einmal grundsätzlich die Probleme anreißen und dann nochmal eine kurze eigene Stellungnahme dazu abgeben. Gut, also was ist eine Stoffgruppe? Also eine Stoffgruppe, versteht man in der Chemie, alle Stoffe, die durch eine gemeinsame Eigenschaft zusammengefasst werden können. Also nehmen wir zum Beispiel eine große Stoffgruppe, ein Kohlenstoffatom ist enthalten, das ist dann die Stoffgruppe der Kohlenstoffverbindung um fast mehrere Millionen Stoffe. Und das Problem, was Tibor ja auch schon angerissen hat, ist, dass ja faktisch unendlich viele Stoffgruppen denkbar sind, je nachdem, welche Eigenschaft man dann nun zugrunde legt, also welches Molekül enthalten ist, welcher Stoff an welcher Stelle. Das geht sehr, sehr weit. Daher aufgrund dieser Weite dieses Tatsbestandes, klingelt es den meisten Juristen da jedenfalls den Verfassungsrechtlern sofort in Ohren, nämlich hinsichtlich des Bestimmtheitsgrundsatzes. Der Bestimmtheitsgrundsatz wird aus Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz hergeleitet. Und da heißt es, eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde. Ist eingängig und daraus hat sich der Bestimmtheitsgrundsatz entwickelt, nämlich, dass auch Menschen erkennen sollen, welches Verhalten unter Strafe steht und sich darauf einstellen können. Daher gibt es auch an den Gesetzgeber oder jeweils an die Anlass von Rechtsvorschriften, also das betrifft auch Rechtsverordnungen, den Grundsatz, dass aus der Regelung klar hervorgehen muss, welches Verhalten uns strafbar ist, damit sich auch der Bürger und die Bürgerinnen darauf einstellen können. Das Betäubungsmittelgesetz trägt den durch die Anlagen 1 bis 3 Rechnungen, in denen da der Stoff ganz exakt genau so benannt ist, der auch verboten ist. Also es ist klar erkennbar. Das ist jetzt nun bei der Stoffgruppenverbot anders. Da ist nun eine tatsächlich ganze Stoffgruppe enthalten, die zwar auch definiert ist, allerdings kann sie auch gleich einige größere Anzahlen an Stoffen enthalten. Und was auch noch ein großes Problem bei dem Stoffgruppenverbot ist, da können auch Stoffe drin sein, die überhaupt gar keine psychoaktive Wirkung haben. Da stellt sich natürlich die Frage, warum sollen die denn jetzt bestraft werden? Warum soll der Besitz oder der Verkauf von diesen Stoffen jetzt bestraft werden, wenn da doch überhaupt gar keine Wirkung da ist? Und gleichzeitig, je nachdem, wie weit die Stoffgruppe gefasst ist, können natürlich auch viele Stoffe enthalten sein, die ja zum Beispiel normal in der Chemie verwendet werden oder auch in der Landwirtschaft. Tibor hatte ja auch schon angerissen, welche Stoffe tatsächlich, also dass es an vielen Stoffen einfach wirklich, ja auch Kananabide enthalten sein können oder Opiate in kleinen Mengen natürlich, die werden dann plötzlich verboten. Dass das so weit nicht gehen kann, ist klar. Und das haben Rössner und Woid auch festgestellt. Sie haben nämlich den Ansatzpunkt, Sie sehen ein Stoffgruppenverbot nur vereinbar, wenn tatsächlich klar ist, dass dieses Stoffgruppenverbot darauf ausgerichtet ist, dass es nur darum geht, dass der Stoff in den Verkehr gebracht wird, um eine psychoaktive Wirkung, also einen Missbrauch hervorzurufen. Nur dann soll das strafbar sein. Da muss ich sagen, dass ich mir da leichte, also beziehungsweise, dass es schon einmal ein Fortschritt ist, weil sich das jetzt, sind die beiden auch der Meinung, schwierig an die Konsumenten richten kann, also dass der bloße Besitz da nur strafbar ist. Das sollte schwierig sein. Da sind die beiden auch der Meinung, dass das eigentlich auch nicht von so einem Stoffgruppenverbot an so einem Stoffgruppenverbot umgesetzt werden sollte. Aber halten es auch, also schließen sie das auch nicht aus. Also mit so einem entsprechenden Ansatz wären natürlich die Stoffe, die der Chemie oder der Landwirtschaft dann nur für entsprechende Zwecke zugänglich sind, raus aus dieser Regelung. Auch, dass das wenig verständlich ist, diese Regelung. Also ich hatte mir mal einige Beispiele durchgelesen. Trotz der Chemie-LK habe ich überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Allerdings ist es natürlich auch in den Anlagen des BTMG auch schwierig, wenn da genaue Stoff da beschrieben wird. Das verstehen nur wenige Experten und Expertinnen. Darauf kommt es letztendlich nicht an. Also es reicht, wenn die Expertinnen das verstehen und wenn jemand nicht genau weiß, worum es da geht, welchen Stoff er da vor sich liegen hat, dann ist das halt eine Frage des Vorsatzes. Und das ist letztendlich kein Bestimmtheitsproblem, sagen jedenfalls die beiden. Gut, dementsprechend kommen Sie zum Ergebnis grundsätzlich zulässig. Also das Gutachten hat, glaube ich, 70 oder 80 Seiten, umfasst sich noch mit europarechtlichen Regelungen. Ich habe das jetzt nur mal kurz versucht, als Quintessent zusammenzufassen. Ich muss aber sagen, was mich dabei gestört hat, dass man gar nicht genau sagen kann, gut, man kann sagen, grundsätzlich wäre ein Stoffgruppenverbot vorstellbar. Allerdings muss jedes Stoffgruppenverbot an sich einzeln betrachtet werden, weil welche Stoffgruppe soll verboten werden? Und dann stellt sich die Frage, ja, warum? Hat das eine überwiegende psychoaktive Wirkung, diese Stoffe? Wie viele haben keine psychoaktive Wirkung? Man muss nämlich immer bedenken, das Strafrecht ist das schärfste Schwert, was wir hier in Deutschland haben. Ein Verhalten wird nicht nur verboten, es wird tatsächlich auch noch bestraft. Und da ich auch Kriminologe bin, weiß ich, welche schweren Folgen das in die Nachsicht ziehen kann. Und daher ist das Strafrecht Ultima Ratio, also es soll nur wirklich in den Fällen, wo es wirklich unbedingt nötig ist, zur Anwendung kommen. Und letztendlich, je nachdem, welche Stoffgruppe ausgewählt werden kann, könnten das ja theoretisch Millionen von Stoffen sein. Mit den zusätzlichen Beweisschwierigkeiten, ob nun tatsächlich ein Verkehrbring vorliegt oder letztendlich nur der Besitz, da sehe ich schon, dass möglicherweise da auch tatsächlich die Gefahr bestehen kann, dass man mit Kanonen dann auch Spatzen schießt. Also man müsste sich tatsächlich jede einzelne Stoffgruppenregelung anschauen. Und gleichzeitig besteht auch noch ein, von meiner Seite auch noch massive Bedenken, was die Verhältnismäßigkeit der Regelung angeht. Also eine Verhältnismäßigkeit liegt vor, wenn ein Grundrechtseingriff, wäre ja hier das Verbot und die Bestrafung, einen legitimen Zweck verfolgt. dieser Zweck geeignet und erforderlich, dass die Regelung geeignet ist und erforderlich, diesen Zweck auch zu erreichen und letztlich auch angemessen ist. Also dass die widerstreitenden Rechte faktisch dann gegeneinander abgewogen werden. Legitimer Zweck ist klar, Gesundheitsschutz, kann man sich darüber streiten, ob das wirklich so sinnvoll ist. Aber nun gut, das ist der legitime Zweck, der damit verfolgt wird. Aber bei der Geeignetheit stellt sich mir schon die Frage, inwiefern ist jedes Stoffgruppenverbot da geeignet? Hatte Tibor ja auch schon gesagt, er sieht es nicht als geeignet an, weil es gibt schon Länder, in denen das Stoffgruppenverbot als Gesetz eingesetzt worden ist. Und da gab es dann auch Schnellsubstanzen, die nicht mehr unter die einzelne Stoffgruppe gefallen sind. Das scheint dann ja auch durch molekulare Veränderungen möglich zu sein. Das müsste man natürlich im Einzelfall schauen, wie war dieses Stoffgruppenverbot, was das wirklich dann bei den einzelnen Stoffgruppen, wie wirksam die diese Stoffe überhaupt abdecken, die wir jetzt hier nicht mehr im Verkehr haben wollen. Dazu äußern sich Rössner und Wollt natürlich nicht, weil es sich ja noch nicht auf konkrete Fragen bezieht. Aber je nachdem, welche Stoffgruppe verboten sind, kommen da wirklich viele Fragen auf uns zu, die auch wirklich jedes einzelne Verbot dann tatsächlich große verfassungsrechtliche Probleme mit sich bringen könnte, so dass man eigentlich festhalten kann, ja, das Stoffgruppenverbot wäre denkbar, aber jedes einzelne Stoffgruppenverbot birgt wirklich große Probleme, zumal man sich auch vorstellen kann, dass je nachdem, wie viele Stoffgruppen verboten werden, ja tatsächlich auch immer, immer mehr Stoffe verboten sind, von denen überhaupt gar kein Risiko ausgeht. so wie viel Stoffe verboten ist, das ist maraviliifiziert, wie viel Stoffe verboten ist,